Magic Tones Workshop von Paul Schütt Magic Tones zeigt dir auf schnelle und unkomplizierte Weise einen Weg zu improvisieren. Für Anfänger wird dieser Magic Tones Workshop eine Überraschung sein. Für Fortgeschrittene eine Bereicherung. Für Profis zeigen die Magic Tones neue Wege zu unterrichten. Magic Tones ist ein funktionierendes Zusatzmodell, um komplizierte harmonische Abläufe sowie Skalen, die sich mit den Harmonien ständig ändern, auf einen einfachen Punkt zu bringen. Magic Tones zeigt dir auf schnelle und einfache Weise einen Weg zu improvisieren. Aber was sind die Magic Tones und wie kann ich sie anwenden? Magic Tones sind vier ausgewählte Töne, die beim Improvisieren über das gesamte Musikstück gespielt werden, ohne sich um die harmonischen Zusammenhänge zu kümmern. Als Anfangston suchen wir die sechste einer Tonleiter. Die noch fehlenden Magic Tones liegen bei den Tönen 1, 2 und 3. Beim Improvisieren bleiben die Magic Tones immer gleich. Es ändert sich nur die Reihenfolge. In unserer ersten Improvisierung über die Harmonien von Summertime verwenden wir die Magic Tones in F-Dur. Die Magic Tones in F-Dur sind die sechste D, die Prime F, die Sekunde G und die Terz A. Magic Tones in F-Dur. Magic Tones Basic Halbton zum Ziel von unten Zum Ziel von oben Von unten nach oben zum Ziel Von oben nach unten zum Ziel Arbeiten mit zwei Magic Tones Tonefolgen Blues Zwei Magic Tones Folgen plus eins Magic Tones Der Workshop mit Erfolgsgarantie Informationen und Buchung unter paulschütt Die Fenster Eine Die Fenster Die Fenster Die Fenster In der Viktion Die Fenster Die Fenster Die Fenster